Oh! Ja, okay, ich steh nicht im Minus. Das ist schon mal gut. Scheiß Spione, Alter! So, was ist meine Einheit? Da! Da! Da ist meine Einheit! So, ich brauche noch ein paar Runden. Verkackte Scheiße! Ich antworte nur dem Kaiser und Gott. Was ist das? Was ist das? Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ich weiß, dass ich nicht in deinen Kaiser will. Chill dein Leben! Chill dein Leben, Bruder, ja! Nö. Okay, das wird langsam doof. Mit doof meine ich Scheiße. Voll die aggressive Musik. Ich glaube, ich muss echt ein paar Rebellen. Äh, nicht Rebellen, aber hier. Ein paar Penisköpfe ausbilden. Das geht sonst nicht anders. Woher war jetzt die schlechte Politik? Achso, nein, achso. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Wollt ihr, dass die Macht des Reiches spüren? Ja, ich hab's gespürt. Du musst halt zu einem Deutschen gehen. Und sagen, ähm, Mist, äh, ja, äh, wer da her? Sie haben was verloren. Dann fragt ihr, was? Ja, den zweiten Weltkrieg. Haha. Gucken, gucken die Leute immer so komisch. Ist natürlich respektlos. Aber... Aber, naja. Es ist halt... Wie soll man sagen? Es ist halt risky. Wenn man das getan hat, kann man dann... Schlaf gehen. Ja. Ich hab irgendwie Hunger. Ja, ja. Ich hab nix gekocht. Leider. Ja, ja, nix gekocht. Leider, ja. Oh, oh. Magdeburg. Magdeburg. Also, ich hab mich bei Ebay angemeldet. Das weiß ich, kann ich jetzt erzählen. Ist mir grad eingefallen. Und... Naja. Ähm, ich hab meine Adresse eingegeben. Eingegeben. Angegeben. Eingegeben. What's the different between these two fucking hells? Ähm. Also, ich hab mich da angemeldet und... Hab meine Sachen, äh, meine Adresse, dies, das, gemacht. Und... Naja. Die haben gesagt, die werden sie in... In drei Werktagen einen Code zu mir schicken. Drei Wochen später ist der Brief immer noch nicht angekommen. So, vor drei Tagen... Hab ich mich nochmal angemeldet. Ein bisschen mehr Daten, äh, angegeben. Weil man kann ja leider... Enemies. Ne, kann ich nicht machen. Ähm... Ein bisschen mehr, äh, eingegeben. Weil man kann ja natürlich die Adresse da nicht ändern. Nein, kann man nicht. Man muss sich nochmal einen Account erstellen. Ja. Und jetzt ist... Heute ist Sonntag. Heute kann er nicht kommen. Also etwa morgen oder Dienstag. Alles spätestens Mittwoch. Und wenn er Mittwoch nicht kommt, dann zeig ich mir eBay an, Alter. Ach, meine Güte. Wie ist Black Ops 2? So, Black Ops 2. Die Kampagne ist episch. Das Multiplayer-Spiel ist, äh, scheiße. Also... Modern Warfare ohne Hacker wäre epic gewesen. Modern Warfare 3. Aber wegen den Hackern ist alles am Arsch gewesen. Ja, Modern Warfare 2. Okay. Äh, kann man sich drum streiten. Black Ops 2 ist die Kampagne. Ist natürlich richtig geil. Würde sich sogar lohnen, das zu Let's Plane, ganz ehrlich. So, der Kreuzzug wächst. Anführer stirbt! Nein! Nein! Warum, du Sau? Ich dachte, du bist so ein hübscher und starker Fettsack. Der wenigstens ein bisschen aushalten kann. Nö, kann er nicht. Ich glaub, die mögen es nicht, wenn so viele Leute rumstehen, ne? So. Boah, ich könnte jetzt den nochmal gangreifen. Ähm. Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Äh, mit so vielen Einheiten werde ich es nie schaffen. Das sind alles Kala... 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 Das sind alles hier Katapulte. Und... Diese Einheiten hier. Das ist das alles Schlimmste. Damit kann ich mit Reitern nicht ankommen. Ich brauch Bodeninfanterie. Ich brauch Schusswaffen. Ich brauch Schusswaffen. Hun... Hunters! Scheiße, was soll ich tun? Ich könnte alles auf eine Karte setzen. Alles auf eine Karte. Wenn ich aber alles auf eine Karte setze, könnte das nach hinten losgehen. Ganz klar. Scheiße. Also, ich überleg mir gerade, dass ich jetzt diese Einheiten hier mit darunter ziehe. Ne, ich kann das gerade nicht erstellen. Ich brauch ein bisschen Money. Meine Güte, es dauert immer 50 Jahre, bis ich das angeklickt habe. Und dann kann ich jetzt... Nein. Äh. Ah, scheiß drauf. Fucking hell. Ah, scheiße. Was soll ich da für Einheiten entschicken? Ja, scheiß aufs Katapult. Ich beobachte mal hier die Gegend. Verantwortliche, scheiß aufs Katapult. Herr toi! Ich hab im Arsch. Ich beobachte mal die Gegend da. Oh... Oh nein, ich stehe im Minus. Was soll ich tun? Meine Güte. Ich muss fortschreiten. Scheiße. Was die alles wollen? Was ist das? Sieben Runden noch. Sieben Runden, sieben Runden, sieben Runden. Was ist das? Alter, wie viele Missionen habe ich? 20? Nee, 3. Alter, die wollen welche Sachen nehmen von mir. Meine Güte. Wollt ihr noch einen Keks haben, Herr Wetterherr Papst? Meine Güte, der Papst, die möchte gerne in die Eier treten und sagen, was geht denn mit dir? Wegen dir musste ich Leute bekehren. Ich gehe zum Vatikan und trete in die Eier. Ich musste 22% Leute bekehren bei Metal-Evil-Stay-Steel, nur wie es Kacke heißt. Meine Güte. So eine Shitting-Fuck. Shitting-Fuck. Da esse ich gerne. Ja, die rüsten wieder auf, diese Penisköpfe. Meine Güte. Also, Rome to the War 2 kommt raus. Ich habe mich aufgeregt und gefreut zugleich. Er ist jetzt aufgeregt, weil ich endlich mal einen Zweiten Weltkrieg-Simulator oder Ersten Weltkrieg sehen will. Okay, Ersten Weltkrieg ist eigentlich schon da gewesen. Ja, okay. Kann man sich drum streiten. Wieder mal. Aber, meine Güte, ich möchte mal... Ich möchte mal Panzer fliegen können. Äh... Ich möchte mal einen Panzer fliegen können. Ja, genau. Uh, ja. Der weiße Krankenwagen kommt auch gleich. Ja. Alles ist okay. Ui, und dann fliegen Panzer und dann kannst du Schweine reiten. Ja, alles wird gut. Nein, ich meine, ich will Panzer fahren und Flugzeuge fliegen können dort. Ich verstehe gar nicht, was die Entwickler so schwer machen. Die können das so ähnlich wie bei Black Ops machen. Verstärkung anfordern. Wenn sie kommt oder nicht kommt, ist halt Glückssache. Meine Güte. Warte, wenn ich jetzt gerade über Dings rede. Irgendein Spiel ist rausgekommen, wo ich mich richtig gefreut habe. Welches war das? In den letzten Monaten habe ich eigentlich nur Black Ops gekauft. Ich habe gar keine Spiele gekauft. Achso, ja, Battlefield. Ja. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Das ist ja nicht rausgekommen. So, ich mache jetzt, ich mache so lange, bis ich den Angriff starte. Und beim Angriff, äh, ich glaube, ich muss mich dann entscheiden. Muss ich den Angriff dann selber machen? Oder? Nicht. Ich werde es zuerst auf, äh, automatisch machen. Wenn ich verliere, dann mache ich es selber. Weil, äh, die Balance hier im Spiel ist ein bisschen dumm. Deswegen, freut euch. So, ich will jetzt auch wieder ein paar Leute bekehren. Oh, heirate mich, heirate mich. Nein, ich heirate dich nicht. Warum? Heirate mich, heirate mich. Nein. Warum? Ich habe schon 20 Frauen. Ich frage mich, wie es, äh, wie es, äh, wie es, äh, wie es, äh, anfühlt, ein Prinz zu sein. Prinz Charles. Okay, seine Frau sieht ein bisschen scheiße aus. Aber, würde die Frau ihn trotzdem lieben, auch wenn er kein Prinz wäre? Auch wenn er kein Geld hätte? Die Antwort ist ganz klar. Nein. Es ist ganz klar, dass die Frauen nur auf Ruhm aussehen und die Männer nur wegen aussehen. Je berühmter derjenige ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie abkriegt. Ich könnte euch Geschichte nennen. Was ist das für ein Peniskopf? Was ist das für ein elender Peniskopf? Kann man das einer sagen? Was ist das für ein elender Peniskopf? Okay, ruhig powerne. Hoah! Ich kann nicht weiter. So, jetzt setze ich meinen Cheat ein. Ah, liegt, 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 liegt. Bin ich schon in der Grenze? Ich weiß es nicht Ja, Gott segne dich auch Aber du stehst mir gerade am Weg Binniskopf Gleich greifen die meine Basis an Das könnten die tun Okay, nächste Runde Davor wollte ich eigentlich nur speichern Aber das klappt, das geht jetzt nicht Nein Okay, danach speichere ich ab Und dann mache ich automatisch Angriff Ja Genau so mache ich es Ich überlege mir eigentlich immer wieder Was für Videos ich reinstellen soll Weil ich habe keine Lust mehr Let's Plays reinzustellen Und normale Videos Naja, was interessiert die Leute Das weiß ich ja nicht Eigentlich interessiert die Leute ja alles Was berühmt ist Das bedeutet, wenn ich jetzt So ein Cola Video reinstellen würde Wo ich Cola trinke Dann könnte es entweder gut ankommen Oder sehr schlecht Das ist wirklich immer so 50-50 Okay, was war das? Ein Fenster hat sich geöffnet Sehr, sehr interessant Alter Falter Es wird doch aufhören mit, Alter Hi, was geht? Wie geht's dir? Mir geht's gut Und du und dir auch Schön Ja, ja, ja Ich komm da rein und komm wieder raus. Die Leute fragen sich bestimmt die ganze Zeit, wie soll man die Zeit vertreiben? Dabei ist eigentlich Zeit kostbar. Oh man, ich geh kurz weg, da greift mich Dänemark schon an. Und meine, ich hab zwei Streitkräfte, die den angreifen können. Und ich hab noch meine alte Streitkraft, steht da direkt daneben. Hallo, sieht der das nicht? Ne, das sah er bestimmt gar nicht. Das wird er gleich sehen. Gleich, wenn meine zweite Armee noch dazukommt. Und dann denkt er sich auch, oh mein Gott, was hab ich getan? Das war doch ein bisschen doof von mir. Meine Güte. Ich möchte mal ein NATO-Bündnis hier in Stadys Ziel machen. Ein Bündnis, wo ich sicher bin, wo Leute nicht angreifen. Nein, gibt es nicht. Immer Angriff, immer Angriff, überall. Da, die, das, du, bumm, 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 bumm. Waffenstillstand bedeutet nichts anderes. Ich warte nur auf die nächste Gelegenheit, bis du einen Fehler machst. Das bedeutet Waffenstillstand. Um den Feind zu suggerieren, dass hier, oh, dass alles okay ist. Das machen die meisten in Deutschland auch. Die tun so, als ob das die Freunde sind. Aber in Wirklichkeit wollt ihr euch nur ausnutzen. Boah, bei Frauen ist das ganz schlimm, wenn man ein Mann ist. Meine Güte. Ich hab mich eigentlich immer gefragt, wie das Leben als Frau ist. Mal ganz ehrlich, interessiert euch das nicht? Das ist hochinteressant. Das will ich mal wissen. Ich find's echt schade, dass ich das nicht herausfinden kann. Kreuzzug wächst. Toll, Alter. Jetzt muss ich noch ein paar Runden rausharren hier. Siedlung gebelagert. Schau doch mal die Einheiten dann her. Ritters Brüder. Stärke Einheiten gibt's ja gar nicht. Egal, ich greife jetzt Hamburg an. Das ist mir viel zu dumm, dieses scheiß Dings. Und dann greife ich Arthus an. Und dann greife ich alle Penisse an, die rumwackeln. Und hier rumwackeln. Was ist denn da los? Jetzt steh ich im Minus. Weil dieser Peniskopf von Dänemark oder... Ich glaub, das ist Dänemark. Wieder... Sein... Sein Penis in mein Gesicht halten muss. Und sagen, guck mal, wie groß der ist. Und ich ihn dann gegen die Eier schlage und sage... Wie bist du so doof, Alter? Unter dem Penis sind noch Eier. Und das ist schädlich für die Gesundheit, wenn man da draufschlägt. Und das mit voller Wucht. Mit beiden Händen. Und das mit Anlauf. Und dann liegt er auf dem Boden. Und dann heult er sich kaputt. Und sagt dann, warum? Lass deinen Waffenstillstand anlegen. Anlegen, anlegen, ja. Waffenstillstand einlegen. Ja, natürlich. Ich leg gleich... Ich leg gleich meine Hand in dein Gesicht. Die nennt sich Faust in deine Nase. Und dann bricht die sich. Das bricht meine Hand. Und dein Gesicht... Dein Schädel zerspringt dann in 50 Milliarden Teile. Ich hatte dann auch Verluste...